Servus liebe YouTube-Gemeinde, wir sind wieder bei Dado Tischerstube. Wir haben es ja ausgemacht bei Dado Tischerstube, wir brauchen nimmer reden nach der Schrift, gell? Oder war das beim Adventkalender? Nein, beim Adventkalender haben ja nur Österreicher zugeschaut. Aber so sind ja 85% Deutsche, die sich zuschauen. Die werden unsere Mundart nicht verstehen. Dann haben wir es bei euch jetzt in deinem Video, oder? Wir sind am Dochband da. Und da, das ist eine Tür, da darf ich eigentlich nie wieder reinschauen. Da braucht man jetzt so schütteln, was steht da oben? Wer hier parkt, fährt auf Felgenheim. Oder Eltern haften für ihre Kinder, oder Stromschlag, Achtung und so. Hunde beißen, die bellen und so. Oder Hunde beißen und bellen nicht. Auf jeden Fall, das Problem ist, bei der Tür, sie geht nicht zu. Warum geht sie nicht zu? Die Falle bleibt beim Schließblech nicht hängen. Warte ehrlich, ich tue dich um mit dran, die Falle, dass du siehst. Warte, das spürst du nicht. Die Nase da ist im Weg. Also das ist im Weg. Und da gibt es diese Schließblechzange, heißt das. Und mit der kann man das wegzwicken. Da fahre ich da jetzt rein. Und dann zwicken wir da was weg. Und jetzt? Ehrlich, hast du den Husten? Das ist ein trockener Husten, oder? Ja, den Haken. Jetzt geht es noch immer nicht. Dann zwickt man ihn noch einmal weg. Ja, ich kann da so schwer... Hördich, was ist los? Ach, Entschuldigung. Mach rot jetzt. Okay. Perfekt. Es waren zwei Zwickern. Normal muss man mit der Feile... Jörg, wie lange haben wir jetzt mit der Feile gearbeitet? Drei Stunden, glaube ich. Jetzt geht es noch. Drei Stunden, jetzt geht es noch. Drei Stunden haben wir gefeilt. Da waren wir mal gut. Da sind wir vier Tage, den ganzen Tag, vier Tage, acht Stunden pro Tag. Zwei Personen haben wir gefeilt, bis es passt hat. Jetzt haben wir uns die Zange gekauft. Jetzt ist ein Zwicker und es ist zu. Okay. Wir sagen danke, falls ihr so einen Schilder habt. Den haben wir sich gefreut, wenn ihr so einen schickt mit Parken verboten. Wer hier parkt, fährt auf Feldenheim. Wir verabschieden sie, ehrlich. Wie willst du auch verabschieden? Nein, passt schon. Nein, mich reizt. Okay, sehr gut. Tschüss.